WDR 5 Neugier genügt mit Ralf Erdenberger Wir bringen nichts mit auf diese Welt, wenn wir geboren werden und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir dann gehen. Was bleibt von uns? Es bleiben Erinnerungen bei Menschen, die uns kannten, Erinnerungen daran, wer wir waren und manchmal bleiben auch Worte, zum Beispiel diese von Roger Wilhelmsen. Ich hoffe mehr als alles andere, dass ich in meinem Wachstum nicht eingeschränkt werde. Der Augenblick, in dem ich das Gefühl hätte, jetzt wirst du weniger, jetzt schrumpfst du, jetzt gibt es keine Stelle mehr, an der du dich ausdehnst, an der du dich nochmal verwandeln oder irgendwas Neues werden könntest. Das wäre der Punkt, an dem mich meinen Tod ereilt. Das hat Roger Wilhelmsen zu seinem 60. Geburtstag gesagt. Drei Tage später wurde bekannt, dass der Autor und Moderator an Krebs erkrankt ist. Und ein halbes Jahr später ist er an den Folgen dieser Krankheit gestorben. Was geblieben ist, ist zum Beispiel sein Nachlass. Darunter das Buch, das posthum veröffentlicht wurde, wer wir waren. Und herausgegeben hat dieses Buch seine Nachlassverwalterin Insa Wilke. Einen schönen guten Morgen, Frau Wilke. Guten Morgen, Herr Erdenberger. Wer war Roger Wilhelmsen für Sie? Also für mich ganz persönlich natürlich erstmal ein Freund und auch eine Art Zuflucht. Also jemand, der immer mit offenen Armen auf einen wartet und bei dem man weiß, dass er einen immer noch mag, wenn man die übelsten Dinge angestellt hat und einem dann sagt, mach dir keine Sorgen, das ist mir auch schon mal passiert. Und ich glaube für mich als Leserin auch ein sehr, sehr besonderer Künstler, der sehr viele Eigenschaften verbunden hat. Und ich merke es jetzt immer, ich plane ja auch Veranstaltungen und wenn ich dann manchmal Veranstaltungen besetzen muss und überlege, wer könnte diese Rolle erfüllen, dann fällt mir oft Roger ein und ich merke, es gibt niemanden sonst, der diesen Platz so erfüllen kann, weil er so vieles verbunden hat. Also das kritische Bewusstsein, die rhetorische Begabung, die alle immer hat staunen lassen. Das große Wissen, die Begeisterung für die Künste, für Musik, für andere Menschen und vor allem auch den Humor. Jemanden, der das alles vereint, den findet man nicht so oft. Da haben Sie gerade zwei Ebenen angesprochen, einmal die professionelle, auch die Zusammenarbeit, aber auch die ganz persönliche. Und eingangs haben Sie das auch als Zuflucht genannt. Das klingt nach sehr viel Wärme und Empathie, trotz aller Geistesschärfe. Ja, auf jeden Fall. Er hatte eine große Begabung zur Freundschaft, wie Hannah Arendt das einmal formuliert hat. Er war sehr treu. Er hatte auch eine sehr melancholische Seite, die man beim Bühnentier Roger Williamson vielleicht gar nicht so vermutet hat. Aber er hat sich oft lange zurückgezogen, wenn er nicht auf Bühnentour war. Er hat dann geschrieben, er hat viel nachgedacht, er hat gar nicht so viele Leute dann gesehen. Und diese melancholische Seite ging auch einher mit dieser unglaublichen Wärme. Man fühlte sich immer, als ob die Sonne anfängt auf einen zu scheinen, wenn man mit ihm zusammen war. Und das kennen, glaube ich, ganz enge persönliche Freunde, dieses Gefühl. Das kennen aber eben auch seine Leserinnen und Leser. Er hat ja eine ganz besondere Beziehung zu seiner Leserschaft auch gehabt. Eine enge Beziehung, würde ich sagen. Wie haben Sie zu Lebzeiten zusammengearbeitet, über diese Freundschaft hinaus? Wir haben uns, glaube ich, kann man sagen, täglich begleitet in dem, was wir tun. Er hat mich zum Beispiel bei meiner Doktorarbeit sehr begleitet. Da war ich noch ein junger Grünschnabel. Und das war ganz wichtig für mich, jemanden zu haben, der so viel Erfahrung hat mit dem Schreiben. Und gleichzeitig auch zu merken, ich muss auch ab und zu dagegen halten. Ich mache das anders als er. Also wir haben viel über Texte geredet. Und er hat bei meiner Doktorarbeit eben auch mitbekommen, was jetzt vielleicht auch ganz wichtig ist, wie ich mit einem Nachlass arbeite. Ich habe über Thomas Brasch promoviert. Und da haben wir viel darüber geredet, was da im Nachlass zu finden ist, was für Materialien es gibt, wie man damit umzugehen hat. Weil es ja nicht nur die Verantwortung für ein künstlerisches Werk gibt, sondern immer auch die Verantwortung für einen Menschen. Und ein Mensch ist immer sehr viel komplexer und komplizierter, freier auch als das, was man dann auf dem Papier stehen hat. Und dieses Bewusstsein habe ich. Und ich glaube, er wusste auch, dass ich das habe. Das ist schon eine Antwort auf die Frage, wie Sie eine Nachlassverwalterin geworden sind. Springen wir trotzdem noch mal in die Anfangszeit. Haben Sie als Studentin praktisch ihn gesucht oder hat er sie zufällig gefunden? Oder wie ist das passiert? Denn nicht jeder lernt Roger Willemsen so kennen und wird dann eine Nachlassverwalterin. Ach, ich glaube, das ist eigentlich eine typische Geschichte, so wie Freundschaften bei ihm entstanden sind. Wie gesagt, er war sehr treu und hat ja auch Freunde gehabt aus allen möglichen Altersschichten, aus allen möglichen Milieus. Und bei uns war das so, dass ich tatsächlich noch als Grünschnabel den Auftrag bekam, bei einer Veranstaltung ihn vorzustellen. Und ich hatte den Namen Roger Willemsen noch nie gehört. Ich hatte damals keinen Fernseher, ich habe Willemsens Woche nie gesehen. Der war mir völlig unbekannt. Und ich habe dann recherchiert und habe Interviews gelesen. Und da ging es mir, glaube ich, wie vielen, dass ich dachte, der Mann sagt ja genau das, was ich auch übers Leben denke, nur ein bisschen besser. Und dann habe ich mich vorbereitet und habe ihn vorgestellt, bevor er seinen Vortrag gehalten hat. Und er hat mir dann später gesagt und hat sich darüber immer sehr amüsiert, dass er noch nie so beleidigt worden sei wie bei meiner Einführung. Weil ich eben dachte, der ist so wichtig, der Mann, dem muss man kritisch und auf Augenhöhe begegnen. Und so entstand unsere Freundschaft. Manchmal eben durch Reibung entsteht dann Wärme. Genau. Und dann gab es irgendwann auch für ihn die Erkenntnis, auch wenn er, glaube ich, nicht so viel Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten, dass auch er sterblich ist und das früher, als er vielleicht auch selber erwartet hat. Wir haben eben den Originalton noch gehört von seinem 60. Geburtstag. Wann haben Sie zum ersten Mal über Nachlass gesprochen? Das haben wir ehrlich gesagt so richtig gar nicht. Es war, er hat mich irgendwann gefragt, ob ich das machen würde, aber das war noch bevor er krank wurde, haben wir irgendwann mal beiläufig darüber geredet. Und da habe ich gesagt, dass ich das natürlich für ihn tun würde. Und in der Zeit, als er krank war, haben wir gar nicht so konkret darüber geredet, weil ihm, glaube ich, anders als man es manchmal lesen konnte nach seinem Tod, ihm war gar nicht so wichtig, was danach passiert. Er war wie immer ganz gegenwärtig und der Tod hat ihn auch nicht ereilt in einem Moment, wo er aufgehört hat zu wachsen, würde ich sagen. Das war das Unglaubliche, dass er noch das Sterben so aktiv angenommen hat. Und also natürlich auch auseinandergesetzt, natürlich hat er sich auch damit auseinandergesetzt und natürlich war es eine schwere Zeit. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, auch das will er ganz bewusst erleben. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber das geht genau in die Richtung, um mal zu merken, wie waren die Gedanken, gingen die über den eigenen Tod hinaus und auch gab es die Frage bei ihm, was bleibt von mir? Ja, genau. Ich glaube, er hat es in Hände gelegt, nicht nur meine, sondern auch die von anderen Freunden, also den Nachlass jetzt in meine, aber es gibt ja noch andere Bereiche, von denen er wusste, da sind meine Sachen gut aufgehoben. Und die Personen werden das so machen, wie es in meinem Sinne ist, weil wir ihm ganz verpflichtet sind, weil wir ähnlich dachten, zum Beispiel auch über Literatur und auch über Menschen und die Welt. Und insofern hat er mir nicht direkte Anweisungen gegeben, er will, dass das und das veröffentlicht wird. Das war ihm überhaupt nicht wichtig. Ihm war auch der Nachruhm gar nicht so wichtig. Das ist jetzt tatsächlich die Verantwortung, die ich spüre, dass ich zwei Dinge möchte. Ich möchte ihn schützen und sein Werk schützen und ich möchte natürlich auch, und das ist auch eine Verantwortung, die ich als Nachlassverwalterin seinen Leserinnen und Lesern gegenüber habe, ich möchte, dass er in Erinnerung bleibt und dass er auch auf eine Art und Weise in Erinnerung bleibt, die ihm entspricht. Zum Beispiel war ihm immer ganz wichtig, dass er sich selbst als Schriftsteller verstanden hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, jetzt nochmal neu gelesen werden kann, auch in seinen Texten. Also das, was bleibt, wer er war, hat einen ganz klaren Fokus für Sie. Da steht das Wort im Vordergrund und das ist natürlich aufgeschrieben und deshalb bleibt es. Wie habe ich mir denn diesen aufgeschriebenen Nachlass vorzustellen? Unendliche viele Dateien, Manuskripte, Ordner oder gar Unordnung. Wie haben Sie den Nachlass vorgefunden? Ach, er war eigentlich ganz gut organisiert. Also es gibt Ordner mit Manuskripten, es gibt Recherchematerial, es gibt natürlich eine große Korrespondenz und das werde ich alles nach und nach und ganz langsam sichten. Es gibt jetzt nicht Dinge, bei denen er gesagt hat, das soll ich noch veröffentlichen. Es geht eher darum, dass ich mir nochmal die Sachen anschaue, auch mit einem anderen Blick, der auch eben etwas Zeit und Abstand braucht. Und gucke, was ist denn das, was vielleicht noch mehr herausgestellt werden kann? Wo sind die Lückentexte, die er selber noch nicht veröffentlicht hat, auch Facetten, die man noch zeigen kann? Und natürlich steht das Wort und das geschriebene Wort im Vordergrund. Und gleichzeitig war Ruger ja ein sehr, sehr vielfältiger Künstler und für mich gehört zum künstlerischen Werk auch seine rhetorische Begabung, auch der Programmmacher zum Beispiel, auch derjenige, der Reden gehalten hat, der moderiert hat. Und das muss alles seinen Platz finden und es hat aber auch alles seine Zeit. Und wahrscheinlich müssen Sie eben auch genau Zeit und Material zusammenbringen. Sind das oft auch Fragmente, die Sie dann in einen Kontext stellen müssen? Also ist viel unvollendet oder war Ruger Wilhelmsen jemand, der das ein Projekt gemacht hat und das dann praktisch abgeheftet hat? Ja, eigentlich hat er ja auch alles veröffentlicht, was er angefangen hat. Und es gibt natürlich insofern Fragmente, also er hat ja sowieso immer sehr gern in der Fragmentform gearbeitet, so sind seine Bücher ja tatsächlich auch ein bisschen. Und es gibt natürlich, das ist ganz witzig zu sehen oder was heißt witzig, eigentlich bestätigt ist das, was man wahrgenommen hat, wenn man ihn redend erlebt hat. Er hat oft Reden tatsächlich nur mit Stichworten gehalten. Also da gibt es oft gar keine ausgeschriebenen Texte oder für sein Bühnenprogramm und du so. Das sind wirklich ein paar Stichworte und er hat wirklich frei gearbeitet. Das ist etwas, was ganz erstaunlich ist und was vielleicht später mal für Studierende, für Wissenschaftler interessant wird, aber natürlich schwer in eine Publikation zu bringen. Das macht es der literarischen Nachlassverwalterin nicht einfacher. Trotzdem haben Sie etwas veröffentlicht, ein Buch, wer wir waren und dieses Buch wird ganz unterschiedlich wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel Iris Radisch in der Zeit gelesen und die spricht von einer bestürzenden Abrechnung voller Melancholie und Trostlosigkeit und nimmt diesen Text als Predigt sogar wahr, eindringliche Predigt. Und dann gibt es Jens Bisky zum Beispiel, der liest diesen Text als Kulturkritik, geistesgegenwärtig, jenseits aller Standardargumente. Was wollten Sie mit diesem Buch? Was ist es für Sie? Also ich wollte zunächst einmal etwas für seine Leserinnen und Leser tun. Sein Tod kam ja sehr überraschend und ich habe in den Reaktionen gemerkt, dass viele schockiert waren und auch eine Art Trost brauchten, ihn nochmal hören wollten. Und darum habe ich eigentlich diesen Text veröffentlicht. Das war mir wichtig. Zugleich wusste ich, dass diese Rede, es ist ja nicht das Buch, das er eigentlich schreiben wollte, sondern es ist eine Rede, aus der man ein bisschen erahnen kann, was für ein Buch, wer wir waren, geworden wäre. War ihm diese Rede sehr wichtig und ich wollte, dass, da es auch sein letzter fertiggestellter Text ist, den auch gerne veröffentlichen. Ich lese ihn ein bisschen anders. Natürlich sieht man da sehr stark den Melancholiker, den man eben als den Bühnenroger Willimsen nicht so wahrnimmt, aber ich glaube nicht, dass es eine Predigt ist in dem Sinne, dass er mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht. Das macht er ja gerade nicht durch dieses Wir, sondern es ist eigentlich eine Selbstreflexion, eine Selbstverständigung, auch eine Selbstkritik seiner Generation, seiner Person. Und es ist gleichzeitig, so habe ich es immer empfunden, eine Art Staffelübergabe auch. Also es ist für mich eher ein aktivierender Text. Er sagt zwar, wer wir waren, aber das steht ja nicht fest. Wir können noch eingreifen und bestimmen, wer wir gewesen sein werden. Und dazu regt mich als Leserin dieser Text an. Also ein Blick zurück, aber zugleich dann nach vorn. Ja, würde ich sagen. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn gesagt wird, es ist ein pessimistischer Text. Er hat ja durchaus auch wieder diese unglaublich beeindruckenden rhetorischen Stellen, also auch diese witzigen Stellen, diese Einfälle. Es stehen ja zum Teil Dinge drin, die man eigentlich weiß, aber durch die Art und Weise, wie Roger sie formuliert, kann man sie auf einmal neu sehen. Das hat mal ein Herr im Publikum gesagt bei einer Lesung von Roger. Da saß ich zufällig neben ihm und dieser Mann hat zu seinem Nachbarn gesagt nach der Lesung, siehst du, hinterher sieht man mehr, wenn man Roger gehört hat. Und so ist auch dieses, wer wir waren, finde ich. Manchmal ist es ja gut, sich nochmal zu vergewissern, wo man herkommt, damit dann eben die Zukunft auch bewältigt werden kann. Gibt es so ein knapp zu formulierendes Rezept, was Sie in diesem Buch ganz klar formuliert finden? Sich beteiligen, also ich glaube, die Dinge nicht so an sich vorbeigehen lassen. Also er sagt ja an einer Stelle, wie kann es sein, woher nehmen wir unser Nichtwissen? Und dann sagt er mehr aus der, wie geht die Stelle genau, mehr aus der, jetzt habe ich die genaue Formulierung, nicht aus der Ignoranz, sondern aus der, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Ironie, glaube ich, ist das. Oder vielleicht ist es ein bisschen anders, aber jedenfalls, man soll die Dinge nicht von sich weghalten, sondern man muss verstehen, dass sie einen angehen und sich auch dementsprechend verhalten. Und so war Roga immer. Ich habe sehr in Erinnerung ein Ereignis, als es den Tsunami gab, 2008 war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir Nachrichten geguckt und ich habe die so weggeguckt. Und er hat gesagt, das kannst du nicht machen, das ist etwas, das passiert den Menschen gerade. Und dieses Empfinden, es passieren Dinge, die Menschen passieren, das hatte er immer. Und er hat sich immer ergreifen lassen von den Dingen und hat sie trotzdem durchreflektiert. Also es ist nicht einfach emotional weggeschwemmt, aber er hat sich eben verhalten zu allem. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, die er sich gewünscht hätte von uns allen. Das ist aber auch eine unheimliche Herausforderung, wenn man bedenkt, wie viele Nachrichten aus aller Welt täglich auf uns einströmen. Sie haben jetzt eine Naturkatastrophe gewählt, man könnte auch Terroranschläge nehmen. Also muss man irgendwie auch diese Herausforderung bewältigen können, das an sich ranzulassen, das auch zu reflektieren, zum Teil auch emotional zu reagieren, damit es eben nicht alles distanziert bleibt. Ja, klar, das ist eine Herausforderung, das ist eine anstrengende Lebenshaltung. Aber ich glaube, es ist die eigentlich einzig richtige. Und natürlich ist das anstrengend. Und natürlich ist das etwas, woran man selber immer wieder arbeiten muss, weil man sich auch manchmal zurücklehnen muss und auch auf sich aufpassen muss. Das ist auch etwas, was Nadja Naschir, die Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins, immer gesagt hat oder immer sagt, die mit Roger Willimsen ja sehr eng zusammengearbeitet hat, dass man auch gucken muss, dass man sich selber schützt, wenn man anderen helfen will oder wenn man sich beteiligen will an der Welt. Das stimmt auch, aber das ist, glaube ich, etwas, was man herausfinden muss. Und die Lösung ist nicht zu sagen, geht mich alles nichts an oder schert mich nicht, ob das dann später mal unsere Enkel betrifft. Aber die Zeit, die eigene Lebenszeit ist endlich und der Tag hat auch nur 24 Stunden. Wie soll man auswählen, womit man sich beschäftigt, was man an sich heranlässt? Was haben Sie von Roger Willimsen gelernt? Ganz subjektiv. Ja, ich glaube, das, was einem zustößt im Leben. Bei Roger Willimsen war das Afghanistan zum Beispiel. Darum hat er den Afghanischen Frauenverein so unterstützt. Und ich glaube, das geht doch jedem im Leben so, dass man irgendwelche Begegnungen hat oder Erlebnisse hat, die einen in bestimmte Wege lenken. Und denen kann man sich dann widmen. Und natürlich hat der Tag nur 24 Stunden. Man weiß nicht, wie lange man lebt. Aber gerade deswegen, das war ja immer das, was Roger gesagt hat, gerade deswegen sollte man intensiv leben und das Leben verdichten. Und das kann man nicht, wenn man alles von sich weghält. Die Einnahmen aus der Verwertung von Roger Willimsons Rechten gehen an den afghanischen Frauenverein. Den haben Sie gerade erwähnt. Wie war denn die Brücke und die Beziehung zwischen Roger Willimsen und diesem Frauenverein? Ganz eng. Also so wie es oft bei Roger war, auch freundschaftlich und ich glaube Afghanistan. Und er ist ja oft da gewesen. Die Begegnungen mit den Menschen dort haben ihn nachhaltig beeinflusst und verändert auch. Und er war dem Verein ganz eng verbunden. Und es war für ihn, glaube ich, auch nicht nur so, dass er unterstützt hat die Projekte des afghanischen Frauenvereins, sondern er hat sehr viel von den Menschen zurückbekommen. Das sieht man auch in den Briefen, die zum Teil in dem Buch, es war einmal oder nicht, in dem Bilder von Kindern, gemalte Bilder von afghanischen Kindern veröffentlicht sind. Also man sieht, dass das eine gegenseitige innige Beziehung war. Und ich glaube, er hat von den Menschen in Afghanistan sehr, sehr viel gelernt und hat darum diese Projekte unterstützt. Der Verein hat im September gerade sein 25-jähriges Jubiläum gehabt und hat im Moment eine ganz schwierige Situation, weil zum einen die Projekte in Pakistan für afghanische Flüchtlinge beendet werden mussten, weil die Beziehungen zu Pakistan sehr schwierig sind. Und das heißt, es kommen eine Million Flüchtlinge nach Afghanistan zurück aus Pakistan. Man merkt, wie die Aufmerksamkeit für Afghanistan sich auch hier im Land verändert hat. Und es ist so, dass der afghanische Frauenvereinswahl die Einkünfte aus den Büchern von Roger bekommt. Aber erstens wird es ja weniger werden und zweitens reicht es hinten und vorne nicht, weil Roger Willimsen so viel gearbeitet hat für den Verein, dass jetzt eine große Lücke entstanden ist. Und in diese Lücke tritt jetzt als neuer Botschafter Herbert Grönemeyer hinein. Aber trotzdem brauchen diese Projekte sehr, sehr viel Geld. Und im Moment wird zum Beispiel gesammelt für eine Schule, die Roger zu Gedenken errichtet werden soll in Kabul. Und das ist ein ganz kompliziertes Verfahren. Wir haben ja eben über die Vielfalt gesprochen, die Herausforderungen dann auch zu entscheiden, wofür interessiere und engagiere ich mich. Denn dann gab es da eine Schlüsselbegegnung, warum er sich ausgerechnet für Afghanistan und die Frauen engagiert? Ich glaube, das waren tatsächlich dann die Reisen nach Afghanistan. Und das waren beeindruckende Persönlichkeiten wie Nadja Naschir, die in diesem Jahr auch mit dem Bundesverdienstkreuz stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins geehrt wurde. Ich glaube, es waren immer menschliche Begegnungen, die für Roger sowas ausgelöst haben oder die vielleicht auch generell so etwas auslösen. Wie soll ich das beschreiben? Ziemlich gut schon. Ziemlich gut. Aber die Zeit verändert sich ja. Auch Afghanistan verändert sich. Oder nehmen wir den Bundestag. Er hat ja über das Hohe Haus auch geschrieben. Nun ist die AfD in den Bundestag gezogen. Und Sie haben ja Worte, die sich nicht mehr verändern von Roger Wilhelmsen. Und die Stimme fehlt ja jetzt aktuell auch, um das betrachten zu können. Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch als Nachlassverwalterin um? Sie haben ja eben schon mal gesagt, alles hat so seine Zeit. Im Moment kann ich damit schwer umgehen. Ich denke natürlich immer wieder darüber nach, was würde Roger jetzt sagen. Und das Fatale ist, man denkt sich dann, was er sagen würde. Und man weiß vielleicht ganz klar, auf wessen Seite er stehen würde. Aber wie genau er die Lage analysieren würde, das war immer so überraschend, dass er dann doch noch einen anderen Dreh gefunden hat als alle anderen, sodass man darauf eigentlich keine Antwort finden kann. Ich glaube, dass eben ein solcher Text, wie wer wir waren, in gewisser Weise eine Antwort gibt. So haben das, glaube ich, auch viele empfunden. Aber die Zeit hat sich seit seinem Tod tatsächlich so stark verändert. Gleichzeitig auch in eine Richtung, die er immer vorhergesagt hat. Und ja, man wünschte sich ihn zurück, weil er so klar analysieren konnte, weil er auch immer den Mut hatte, Dinge auszusprechen, die andere nicht aussprechen wollen. Aber er ist eben nicht mehr da. Insofern müssen wir halt selber das jetzt übernehmen. Ich glaube, das ist der Punkt. Und das ist natürlich für alle sehr, sehr schwierig. Und als Nachlassverwalterin ist es für Sie jetzt die Herausforderung, zu suchen in seinen Worten, was könnte wann passen? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber da habe ich natürlich auch begrenzte Möglichkeiten, weil Roger eben immer eigentlich das, was er sagen wollte und schreiben wollte, das hat er auch zu Ende gebracht und veröffentlicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es wie bei anderen Nachlässen zehn unveröffentlichte Manuskripte gibt, die man jetzt unbedingt veröffentlichen muss, sondern es geht eher darum, nochmal zusammenzubinden, was alles da ist, was vielleicht auch an einzelnen Publikationen nochmal zusammengebracht werden muss, damit das auch für die Leser zugänglich wird. Jetzt reden wir mal über Sie, denn es klingt ja so danach, als ob das keine Lebensaufgabe wäre. Es ist überschaubar. Sie haben selber Germanistik und Geschichte für Lehramt studiert und sind jetzt nicht nur die graue literarische Witwe im Hintergrund, die all das den Nachlass verwaltet, sondern Sie haben eigene Ambitionen. Was liegt Ihnen persönlich am Herzen über Licht und Schatten von Roger Willemsen hinaus? Also, was uns verbunden hat, ist, glaube ich, ein sehr großes Bewusstsein dafür, Literatur in gesellschaftlichen Zusammenhängen zu sehen. Das ist etwas, was für meine eigene Arbeit sehr wichtig ist. Also, ob es Veranstaltungen sind, ob es Moderation, ob es Literaturkritik ist. Ich glaube, dass Literatur nach wie vor ein Mittel ist, die Welt zu verstehen, auch Gespräche herzustellen. Und darum ist es auch sehr wichtig, sie in diesen Kontexten zu sehen und nicht nur als etwas, was in einer eigenen Welt spielt. Das ist vielleicht für meine eigene Arbeit wichtig und das wird im Moment, glaube ich, auch gerade wichtiger. Eben, sie haben schon die Probleme, die Zuspitzungen, die im Moment gesellschaftspolitisch entstehen, genannt. Und ich glaube, dass die kulturelle Arbeit da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Einfach, weil sie Formen der Öffentlichkeit schaffen kann, in denen man Menschen zusammenbringen kann und auch durchaus im Konflikt zusammenbringen kann und gleichzeitig aber auch bestimmte Haltungen stärken kann. Und da leisten diejenigen, die auf dem kulturellen Feld arbeiten, glaube ich, im Moment eine enorm wichtige Arbeit. Im Ziel habe ich das verstanden. Sagen Sie mir konkret, was Sie in Ihrer Arbeit probieren, damit das gelingt? Also was machen Sie genau? Ja, also zum Beispiel haben wir im September ein Wochenende lang in Darmstadt am Staatstheater das große Darmstädter Gespräch durchgeführt und haben verschiedene Veranstaltungsformen, verschiedene Gäste eingeladen und hatten die Hoffnung, und das hat zum Teil auch geklappt, dass dann ein Publikum kommt, das wirklich ein Wochenende lang zusammen im Staatstheater ist, verschiedene Menschen zuhört, diskutiert, Dinge erlebt, neue Perspektiven geöffnet bekommt und dann rausgeht und vielleicht nicht die große Weltveränderung schafft, aber vielleicht atmosphärisch oder in kleinen Akzenten auf einmal neue Türen geöffnet bekommt. Und so ist das für mich selber auch gewesen, die ich mit organisiert habe und die das dann miterlebt hat. Wir hatten zum Beispiel Aktivistinnen aus der schwarzen Frauenbewegung da und wie die gesprochen haben, das hat für mich tatsächlich nochmal etwas neu bewegt, nochmal ein Bewusstsein geschaffen dafür, was rassistische Erfahrung heißt in Deutschland, dafür, wie die einfach ohne dass jemand wie ich das bewusst macht, wie die einfach in unserer Gesellschaft und in unseren Biografien eingeschrieben ist. Und das sind eben die Sachen, das ist anstrengend, sich dem zu stellen und sich dadurch auch selbst in Frage zu stellen. Aber ich glaube, das Leben wird besser, wenn man das tut und man hat auch selber das Gefühl, mehr am Leben zu sein, wenn man das tut. Es werden neue Türen geöffnet, aber erreicht man auch andere Leute oder immer wieder die, die sich ohnehin interessieren? Ja, das ist die große Frage. Also ich glaube ja, dass die Diskussionen inzwischen so zugespitzt sind, dass man auch die eigenen Leute erreichen muss, weil es ja durch die Familien geht, durch die Milieus hindurch geht, die Auseinandersetzung, die wir im Moment führen. Darüber, wie denn unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert sein soll, wie wir zusammenleben wollen, wer dazugehört und wer nicht und ob man das überhaupt sagen darf, dass jemand nicht dazugehört. Und insofern glaube ich, es ist alles gut, was passiert. Man erreicht immer die richtigen Leute, weil wir alle gemeinsam darüber nachdenken müssen und weil man sich auch gegenseitig stärken muss. Ich glaube, im Moment gibt es ein großes Gefühl der Vereinzelung, ein großes Gefühl, allein dazustehen mit allen Problemen. Und das ist nicht so, weil wir alle damit beschäftigt sind. Und man merkt es, finde ich, inzwischen. Ich muss im Moment immer ganz oft an Charlotte Beraths Buch Das Dritte Reich im Traum denken, wo sie Träume aufgeschrieben hat, bevor alles losging und in den Träumen schon ablesbar war, was für Bedrohungen in der Gesellschaft waren. Und dieses Gefühl habe ich manchmal. Und wenn man mit Leuten spricht, merkt man ja auch, alle beschäftigt es so. Und da muss man Solidarität untereinander auch schaffen. Sagen Sie noch einmal den Titel des Buches. Charlotte Berath, das Dritte Reich im Traum, heißt das Buch. Das sagt die Nachlassverwalterin von Roger Willemsen. Insa Wilke heißt sie. Das Buch, das Roger Willemsen praktisch hinterlassen hat, das Posthum veröffentlicht wurde, heißt Wer wir waren. Vielen Dank und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, Frau Wilke. Ich danke Ihnen, Herr Erdenberger. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.